ich begrüße euch wieder ganz herzlich ich freue mich wieder über die freudige gemeinde die sich hier wieder versammelt hat um die susanne lorei zu sehen und ich hoffe dass ich euch wieder ein spannendes und hoch aktuelles thema mitgebracht habe und zwar habe ich es genannt es kommt anders als gedacht das große die große abweisung vom verabschieden und vom loslassen jetzt können natürlich sagen ah jetzt hat die susanne wieder irgend so eine komische ja traurige veranstaltung mitgebracht aber ihr kennt mich ja ich versuche immer so ein bisschen dann zumindest zum ende zu so ein bisschen denn die kurve zu kriegen ins zuversichtliche aber ich möchte euch natürlich aber auch themen mitbringen die sehr sehr wichtig sind oder wo wir uns vorbereiten können auf das was kommt weil er kennt meine devise wenn ich mich auf etwas vorbereite dann verliert es einfach auch den schrecken und ich fange da nicht ist das torkeln an gut ich mache das jetzt heute so wenn es jetzt um ablehnung abweisung und separation geht dass ich euch vom kleinen wieder ins große hoch führe ja weil ihr wisst ja wenn man die gesetzmiedlichkeiten im kleiner kennt familiär oder partnerschaftlich dann kann man eins zu eins das hochrechnen und verstehe verstehe die zusammenhänge im großen besser und ich meine ablehnung abweisung ist ja ein thema was wahrscheinlich jeder von uns so ein bisschen mitgemacht hat schon in der vergangenheit teilweise vielleicht sogar schon in der kindheit und meines achten achtens wird es der schlüssel sein in unser wachstum in unsere wieder auferstehung in das über uns hinaus weg wachsen ihr werdet es nachher auch sehen warum gutes thema als solches ist natürlich eher schmerzhaft weil es rührt ja unsere urwunder an das geht es ja darum dass wir eigentlich als kind hatten wir ja schon die ängste dass wir ausgesondert werden könnten dass sich keiner um uns kümmert dass unsere eltern sich von uns weg bewegen oder wir abgelehnt werden und wenn da etwas anrührt auch als erwachsene was in die richtung geht kann es sehr sehr tief gehen die wunde kann uns sehr sehr schmerzhaft quasi zu berühren weil dieses ausgestoßen sei sein ja das sage ich euch ja nichts neues habe ich glaube ich auch schon videos zu gemacht bedeutet ja auch dass du dir sorgen machen musst um zu über um zu überleben ja wenn du aus der sippe aus der erde aus der familie ausgestoßen wirst ist es ja es ist es nicht mehr so ganz sicher ob du das ganze überlebst und man muss auch dazu wissen dass das der schmerz den du empfindest wenn du abgelehnt wirst oder abgewiesen wirst genau im gleichen gehirn areal verarbeitet wird wie körperlicher schmerz also deswegen darf man das ganze auch nicht unterschätzen so dieses thema der abweisung oder der ablehnung oder des verstoßen werden es ist ein riesenthema also du kannst romane noch und nöcher lesen du kannst filme drüber gucken du kannst in der bibel eine menge stellen finden aber auch in meinem lieblingsgenre des märchens ja ihr wisst ja für mich sind märchen so ähnlich auch wie die bibel so eine ja wie soll man sagen so so eine szenerie der geheimbotschaften ja das sind so zeitkapseln wo geheimbotschaften durch transportiert werden das ist das gleiche was ich hier ja auch mache ich muss inzwischen auch schon fast märchen erzählen bilder erzählen damit meine botschaften durchgewinkt werden und nicht irgendwo rausfliegen aus dem netz ja übrigens mehr das kommt aus einem althochdeutschen oder mehrere das ist die botschaft das ist die das sind die nachrichten das sind die mündlichen überlieferungen ja und nicht wie viele von uns vielleicht denken ja so kleine kinderbelustigungen märchen sind kindergeschichten und damit die kinder spaß haben das waren ja die grimm'schen hausmärchen waren die auch genannt das heißt in diesen dingen sind symboliken eingewoben das werden wir uns jetzt auch ein bisschen anschauen die uns viele erklärungen geben auch für die neue zeit wo wir gerade auch diese ablehnungs- oder abweisungsgeschichten die jetzt auf uns zukommen sehr gut ergründen können aber schauen wir einfach mal rein also wir haben hier ja sehr viel in diesen märchen ablehnung demütigungen verstoßungen ich habe da jetzt mal ein paar sachen zusammen geworfen hier zum beispiel schneewittchen wisst ihr ja da war ja diese abartige neidische missgünstige schwiegermutter übrigens in märchen mensch schwiegermütter auftauchen in den originalen märchen erst auflagen sind meistens die richtigen mütter gemeint ja aber um das einfach aufzuzeigen dass die böse sind hat man dann im nachhinein bei manchen märchen die schwiegermutter erst raus gemacht ja also schneewittchen sollte ja wurde ja abgelehnt weil sie so schön war so hold war so lieblich war so rein war und sollte sogar ja um die ecke gebracht werden wir haben die gänse mark kennt ihr vielleicht noch wo diese blöde zofe oder was das oder dienerin oder was das auch immer war sie ich diese prinzessinnen kleider gestohlen hat oder oder sie sollte die die sollten herausgegeben werden und und die eigentliche prinzessin musste dann die dienstmarktkleidung anziehen ja auch das ist eine ja ein vorgehen aus neid aus rivalität aus missgunst aus einer hybris raus ja wir haben hänsel und grede wenn wenn er da mal guckt da wurde ja da gibt es auch die mutter auch die wurde dann später erst zur schwiegermutter gemacht die die kinder verstoßen hat weil sie brotfresser waren weil sie weil sie arm waren und diese kinder quasi im wald ausgesetzt werden sollten damit die familie überleben kann auch da dieses motiv des ausgestoßen seins rapunzel die mit den langen haaren ja wobei lange haare stehen ja für schönheit und spiritualität ja die gute frau wurde in den turm gesetzt und sie wurde missbraucht also zumindest ihre langen haare wurden missbraucht auch da ist diese degradierung diese ablehnung das schöne musste ins verlies quasi wenn du so willst und so haben wir ganz ganz viele dinge aschenputtel ist auch bekannt was war das dann auch wieder diese komische schwiegermutter mit diesen stiefschwestern da und 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 die schöne die 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 gute die die liebliche musste unten an an der asche schlafen und und irgendwelche linzen und erbsen auslesen übrigens da auch aufpassen in allen märchen sind symbole drin das da ist nie was zufällig wenn du zum beispiel hörst asche ja das ist also da ist eigentlich der phoenix gemeint aus der asche kommt das neue leben warum muss ich samensortieren gehen weil das same wiederum bedeutet sag schon das keimende neue leben was aus der asche praktisch entsteht ja aus der erde entsteht was haben wir noch ein bisschen frau holle dürfte auch sehr bekannt sein da ist ja das original märchen habe jetzt noch mal die erste auflage da habe ich ein teil mal jetzt raus kopiert da heißt auch zum beispiel eine witwe mag ihre hässliche faule tochter sehr also ihr merkt hier diese unterschiedliche behandlung auch innerhalb der familie aber nicht ihre schöne fleißige stieftochter die muss am brunnen sitzen und spinnen bis ihre finger blutig sind während die andere nichtstuend zu hause setzt und solche märchen gibt es ganz ganz viele auch das hässliche entlein weiter vielleicht noch kennen ja da ist auch dieses motiv dass dieses kleine entlein einfach nur anders ist und von den anderen verstoßen wird und eins müssen wir da schon mal vielleicht festhalten so mal übergreifend dass in diesen märchen immer das grausame also auch wenn es grausam erst mal ausschaut die grundlage sind also diese 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 hölle diese 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 tod dieser geistige tod oft die die grundlage sind dass du in die krone rein dich entwickelst also fällt mir jetzt wieder corona auf man könnte ja auch sagen okay vielleicht hat die zeit was mit dem aufsteigen in das königliche zu tun in das majestätische das entlein wurde ja dann auch ein majestätischer schwan ja alle schneewittchens und aschen puddels wurden alle später zu königin also das ist auch das was ich schon mal ein bisschen voran stellen will dass ihr da jetzt nicht gleich schon am anfang schlapp macht und sagt boah ist ja alles nur minus und alle sind im elend und sterntaler und das mädchen mit dem feuerzeug alle sind sie im elend und und kurz vorm abnibbeln alle ja immer ist man oder meistens ist ein aufstieg damit gemeint eine wiederauferstehung oder ins göttliche in den reichtum oder ins königliche kommen gut jetzt müssen wir schauen was sagen und oder was geben uns die märchen für motive was ist der grund für die ablehnung oder für die verstoßung das bringe ich deswegen für die meisten von uns schon mal rein weil viele von uns auch in der kindheit da hat man es ja nicht anders gewusst hat mir immer gerätselt ja warum werde ich denn abgelehnt warum mag mich die mama nicht warum verstoßen mich die schwestern oder sonst wie ja es ist nicht der grund dass du irgendwie eine mangelveranstaltung bist oder bedürftig oder irgendwo eine schraube locker hast sondern meistens ist ja auch in diesen märchen schon angedeutet dass du besonders bist dass du anders bist und dieses anders und besonders sich dann später erst raus stellt und ich habe euch jetzt mal diese gründe ein bisschen zusammengefügt dass ihr einen kleinen überblick habt was geben uns zum beispiel diese alten mythen märchen legenden geschichten für gründe warum oft ausstoßungen oder ablehnungen erfolgen das erste ich habe es bereits genannt muss jetzt nicht mehr groß erörtern einfach dass du anders bist das kennen vielleicht manche so aus der ja aus der familie du bist vielleicht ein empathische feinfühlig mensch gewissen hast du hast so ein hochbegabtes kind ja und du hast schon von kindesbein angemerkt dass manche dich nicht mögen oder dich schräg anschauen oder dich klein halten also merkt ihr einfach mal den ersten punkt dass man oft anders ist in den märchen hast du dann ganz häufig das hast du bei bei schneewittchen und so ja zum beispiel bei diesen prinzessinnen dass sie besonders schön waren klar waren lieblich waren weiße klug also da gibt es noch und nöcher märchen wo sie einfach geächtet werden abgelehnt werden verstoßen werden weil sie in der fülle gelebt haben weil sie besonders waren ja also das müssen wir hier ganz klar aufzeichnen dass es nicht ist ja dass du irgendwo ein dachschaden hast der dritte punkt also am besten dass ihr das abklärt bei euch ja wenn du ablehnung oder oder zurückweisung erfahren hast hat es vielleicht mit diesen gründen zu tun der dritte grund oft dass du zu unangepasst bist zum beispiel heißt pila haben ja oft ein großes unrechtsbewusstsein oder erkennen oder wahrnehmen die dinge die situation die menschen und wenn du zu kritisch bist zu genau gucken kannst zu stark wahrnehmen kannst dich vielleicht nicht missbrauchen lässt weil du dich eben nicht anpasst oder unterwirfst wirst du automatisch normalerweise vor die tür gesetzt ja weil dann bist du ja nicht nutzbar du bist für viele oder gerade für parasitär menschen oder oder narzissten oder solche leute ja nicht benutzbar wenn du dich nicht fügst also wirst du ausgesondert kann man sich ja auch fragen was ist jetzt gerade auch an der tagesordnung warum werden bestimmte menschengruppen ausgesondert oder geächtet ja warum weil sie sich bestimmten dingen nicht unbedingt fügen oder liegt ja irgendwie auch auf der hand so was haben wir noch weil du zu kritisch bist dinge durchschaust und was auch ein wichtiger punkt ist das bitte gut merken um zu manipulieren weil wenn du jemand absonder ist aus der gruppe aus der gemeinschaft oder ablehnst zurück weist ja ist es für den anderen oft sehr sehr schmerzhaft ich habe es ja vorhin genannt ist die urwunde und du kannst mit liebesentzug oder silent treatment oder dich irgendwo entsorgen oder dich ignorieren kannst du jemand ganz ganz tief ins ins rückenmark treffen und damit kann man natürlich bestens auch menschen führen ja ich glaube dass viele sich die letzten jahre auch so ein bisschen chemisch behandeln haben lassen weil sie nicht rausfallen wollten aus der gemeinschaft und nicht geächtet sein wollten gut nächster punkt was wir jetzt machen wir schauen uns jetzt einfach mal an was für arten von abweisungen und ablehnungen gibt es wobei man hier festhalten müssen was bei dir am stärksten im in der kindheit liegt also was nach hinten oder am ältesten an erfahrung ist ist oft am prägendsten also wenn du verlust oder oder verlassenheits geschichten schon in der frühen kindheit erlebt hast das heißt durch klinikaufenthalt oder dass deine mama dich eben nicht wahrgenommen hat oder oder nicht lieben konnte ja weil es einfach nicht konnte oder oder narzisstisch oder sonst was war dann sind es tiefe wunden die dich dein leben lang verfolgen also das sind tiefe tiefe narben man kann das abschwächen man kann damit umgehen lernen aber vergessen tut es die psyche nie ja also da würde ich euch belügen wenn ich sage das ist so ja machen wir mal ein bisschen machen wir mal ein bisschen trauma auflösungsveranstaltung dann ist das alles weg ja also diese urwunde wenn die zum beispiel in den ersten drei vier fünf jahren passiert ist das ist ein tiefer tiefer schmerz der der eingelagert wird so was kennen wir noch ich habe von das schon mal angetippt wir haben oft auch ganz große rivalitäten in den geschwister rein also gerade wenn nach zögling kommt in einer kurzen abfolge oder sowas ja dann werden geschwister kinder oft auch bekämpft oder gegeneinander ausgespielt auch das ist eine ganz schlimme veranstaltung was kindern oft sehr sehr wehtun kann so vielleicht kennst du aber auch mobbing geschichten aus dem kindergarten aus der schule später vielleicht im berufsleben ja in teams es ist es ist einfach schlimm auch als erwachsener ja ausgesondert zu werden oder übergangen zu werden auch das sind also absonderungs erfahrungen was man natürlich auch stark haben es tut auch weh ist wenn du so wenn du zurückweisungen in der partnerschaft natürlich hast wenn du liebst wenn du herz wenn du dich aufmachst herzlich bist jemanden verehrst ja alles tust für den anderen und der andere weiß dich zurück oder hintergeht dich bedrückt dich oder ersetzt dich ich habe ja hier sehr viele narzisstische konstellation die ich auch betreue ja wo dann der andere wie so ein nasser kartoffelsack einfach abgelegt wird weil der neue oder die neue schon in der pipeline ist ja dann sind es schlimme dinge die ja wo man oft lang lang braucht die zu verdauen so und was aber jetzt dann auch passiert ist und da will ich jetzt so einen fließenden übergang rüber machen das sind jetzt die letzten jahre ja das was wir außen privaten teilweise kennen hat man massiv eingesetzt um diese urwunde zu betätigen ja also wenn du jetzt die die letzten jahre anschaust was war denn social distancing was war das denn was man mit den kindern gemacht hat dass man die auf dem pausenhof in eine abgezeichnete ringe gesetzt hat zum spielen oder zum dass sie da frische luft schnappen dürfen ja oder was was war was 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 ist das wenn du zum beispiel separiert wirst weil du eine bestimmte behandlung nicht gemacht hast ja nicht mehr in den laden durftest nicht mehr in den restaurant durftest auch das ist abweisung zurückweisung ablehnung oder wie viele von uns kennen das problem dass die familie sich komplett aufgespalten haben haben weil du einfach eine andere meinung vielleicht hattest ja weil du vielleicht versuche gestartet hast sogar andere mal an andere zu appellieren menschen da frag doch mal ein paar dinge guck doch mal kritisch auf was drauf beleuchte das doch mal und das hat ja zum großen teil schon da also dahin geführt dass du komplett abgelehnt wirst oder wurdest ja meistens jetzt noch wirst ja also dass das problem ist ich weiß nicht wie es wie ihr das seht also bei mir in der verwandtschaft und in meinem bekanntenkreis hat sich da nicht viel gekettet also da haben sich die die erdschollen fast sogar noch mehr auseinander bewegt das war zwar damals dramatisch ich habe es verdauen gelernt habe auch sehr viele neue menschen kennen und lieben gelernt aber die alte truppe muss ich schon sagen ja das die hat sich weg bewegt und auch sonst waren ja viele isolation ja wenn du mal im krankenhaus da betrachtest was abgegangen ist wenn du betrachtest was sie mit den älteren leuten gemacht haben in den heimen ich habe hier mit 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 leuten zu tun die da so so alten heime leiden die sagen es hat sich nicht so viel geändert aber nicht weil wir jetzt diese ganzen maßnahmen haben sondern weil einfach die ganze das pflegepersonal fehlt und die leuten dann halt zum teil in ihren zimmerchen hocken und und vor sich hin vor sich hin brüten ja weil weil die zeit gar nicht mehr da ist sich mit diesen alten menschen groß zu befassen ja also ihr seht hier wird überall gearbeitet und gemacht und hantiert dass wir genau mit dieser urwunde mit dieser ura angst mit diesem urschmerz ständig konfrontiert sind und damit natürlich in die erschöpfung in die ängste und in die ja auch hat teilweise in die apathie gehen so und worauf ich euch jetzt noch ein bisschen vorbereiten will weil das wird jetzt vermehrt auftreten die nächsten monate also nicht angst haben bitte aber ich möchte dass ihr euch geistig psychisch darauf vorbereitet und zwar werden wir jetzt in eine neue qualität der ablehnung eintreten der zurückweisung nämlich in eine phase wo jetzt immer mehr leute da draußen trudeln abstürzen psychisch körperlich seelisch die fangen quasi also zu rudern an wie beim absaufen ja und 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 wir jetzt als eher empathische menschen als feinfühllige menschen teils als high sensitive menschen also haspiller menschen ja wir gucken dahin sehen die leute halb am absaufen ja und die lassen sich nicht helfen die weisen uns ab wo du sagst was für ein film läuft ab denen geht es da draußen nicht gut teilweise haben sie schmerzen oder sonst was oder sind krank oder können nicht mehr und weißen die 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 menschen die eigentlich mitgefühl haben die helfen wollen weißen sie ab ihr werdet es nachher im gedicht hören ins gesicht spucken ist ein bisschen okay ein bisschen überspitzt aber genau das wird passieren ja ich habe jetzt zum beispiel allein ich habe es jetzt mal zusammen geschrieben allein was ich für die die woche jetzt für leute hatte ich hatte verzweifelte menschen die teilweise ihre gelder gerade nicht kriegen ihr krankengeld wo behörden einfach wegen mangelnden personal die diese ganzen sachen nicht mehr erledigen können gesundheits dinge nicht mehr genehmigt bekommen also wir 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 spüren es jetzt schon dass auch die behörden gerade zusammen krachen wegen mangelnder wegen mangelnden personals ja dann habe ich leute gehabt pass auf jetzt kann ich fast nicht lesen genau die da vollkommen verzweifelt sind weil die familie zusammenbricht ja weil jetzt der dampftopf hat sich immer mehr gefüllt ihr kennt ja mein bild ja jetzt bröckelt alles zusammen ich habe ärzte gehabt die die gesagt haben sie schmeißen jetzt hin sie könnte es sie können diesen stress nicht mehr körperlich und psychisch mehr aushalten ich habe leute gehabt die kommen nicht mehr aus der koche die kommen die sind so apathisch so müde die sind einfach nur noch erschöpft die sehen nichts mehr irgendwo in sinn ja eigentlich ja normalerweise die 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 gehen schnurstracks gerade in die depression rein ja also das heißt die menschen torkeln die menschen haben keinen halt mehr was habe ich noch gehabt ja und dann einen haufen krankheitsfälle ja absagen wegen krankheiten wo ich aber auch definitiv weiß dass diese menschen sich die letzten vier fünf jahre nichts gutes getan haben also was vielleicht chemie angeht ja aber das problem ist ja es will keiner was hören es will niemand hören woran es liegen könnte oder was man machen könnte oder ja also das heißt du rennst gegen eine milchglas scheibe du rennst gegen eine wand da gibt es auch diesen diesen bekannten tollen spielfilm auch die wand ja mit der wie heißt der martina geteke oder glaube ich müsste man müsste man recherchieren toller film ja wo du quasi merkst da drüben ist da geht da geht alles unter ja die ist die haben leid da ist ist untergangsstimmung aber sie wollen nichts erkennen oder sie wollen nicht zuhören so und warum ist das jetzt eine neue qualität der ablehnung weil du in dem fall also erstens klar diesen aussonderungsschmerz empfindest dieses tiefe gefühl der abweisung das haben wir ja die ganze zeit jetzt da haben wir ja drüber geredet was jetzt dazu kommt ist ein 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 gigantisches ohnmachtsgefühl weil du du siehst ja da drüben den untergang du siehst wie die menschen da drüben rudern und du musst zuschauen und kannst nichts tun und die der dritte punkt ich glaube ich habe sogar mal im anderen video schon erwähnt das wird dieser tiefe tiefe schmerz sein zuzuschauen wie andere leiden ja psychisch seelisch kommen körperlich nicht mehr richtig hoch oder teilweise werden vielleicht auch viele um die ecke gehen um es mal vorsichtig zu sagen ja und das wird uns immens schmerzen machen und wo macht es uns am meisten schmerzen natürlich bei den menschen die dir lieb und teuer sind das werden angehörige sein das sind vielleicht familien menschen das sind und partner ja oder freunde die uns über jahre begleitet haben also da müssen wir uns schon ein bisschen warm anziehen ja weil das wird kommen das wird definitiv kommen und du hockst da wie der ochs vom berg und fragt sich wie gibt's die wie gibt's das dass die in so einer situation immer noch nicht aufwachen weil die meiste die 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 meute wartet ja alle dass irgendwelche menschen aufwachen und sagen naja da muss der schmerz halt noch ein bisschen zunehmen oder so und dann wachen die alle auf nein es wird nicht passieren ich kann das auch begründen also ich meine paar einzelne wenn es vielleicht die wenn den rucker noch oder den schlag noch hören ja aber er der erste punkt ist und deswegen habe ich das ja auch übertitel das kommt anders als gedacht der erste punkt ist dass die menschen zum großen teil in die kognitive dissonanz gehen werden wenn sie nicht schon drin sind da habe ich auch mal ein video gemacht über die die ich glaube sechs verdrängungsmechanismen ja die kognitive dissonanz die verdrängung die wollen das nicht angucken ja und selbst wenn sie mit der pumpe im arm in die kruft fallen ist es auch egal sie haben sich sechs mal oder sieben mal abpumpen lassen egal sie wollen nichts darüber hören und du wirst keinen zugang bei menschen finden die verdrängen wollen das ist der erste punkt so und dann gibt es aber noch ein zweites phänomen und zwar pass auf ich übertitel das mal so je mehr du in etwas investiert hast desto mehr wirst du dran festhalten wirst du festklammern ich gebe dir mal ein beispiel stell dir vor du siehst jemand am geld spielautomaten hängen und er hat einen haufen kohle schon reingeknallt ja oder im kasino kannst du ähnlich auch ein kasino beispiel denken so und er hat einen haufen kohle schon investiert wo du jetzt sagen würdest oder würdest du in meinem ärmel ziehen und würdest sagen mensch ey lass doch mal gut sein jetzt hast halt heute mal pechsträhne und dann wird der ärgerlich der wird wütend der wird sogar aggressiv zum teil ja du sollst ihn lassen weil das kommt jetzt sicherlich die wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr hoch dass er gewinnen wird und das ist das phänomen was jetzt auf uns zukommen wird die leute werden aggressiv sein die leute werden wütend werden die werden auf uns zukommen und werden sagen ihr idioten da drüben ja damit müssen wir rechnen mit dieser wut gegen uns obwohl wir helfen wollen so zweites beispiel das kennen vielleicht manche ich habe jetzt zum beispiel hier jetzt die woche auch zwei herren gehabt die bei ihren partnerinnen wahnsinnig viel investiert haben die haben alles für ihre ladies gemacht die haben den häuser hingestellt die haben für die events und waren mit denen auf reisen und sie konnten sich klamotten kaufen wie sie wollten und alles ja sie haben ganz viel investiert für über viele viele jahre jetzt haben wir das phänomen bei beiden komischerweise war das wirklich der ähnliche ablauf sie wurden behandelt wie ein waschlappen sie wurden als mann gedemütigt getriezt klein gehalten ja und es ist unglaublich schwer auch für mich und ich habe jetzt wirklich ja 30 auf dem buckel an erfahrung und weiß an welchem schnürchen ich drehen muss oder ziehen muss um was voranzubringen aber das sind so fälle wo es extrem schwer ist jemand in die besinnung zu kommen zu sagen du pass auf du musst nach und nach für deine würde sorgen im notfall auch mit abstand weil du deine würde kann nur wachsen wenn du in den abstand gehst ja weil es sonst demütigend für dich ist wenn du in dieser situation verbleibst aber du siehst auch hier je mehr diese menschen in diese partnerschaft reingebuttert haben desto schwieriger ist es für solche leute dann aus so einer beziehung sich auch wieder raus zu nehmen ja es ist es ist eine art koabhängigkeit wie eine sucht es ist wie ein ein dran kleben weil ich habe doch schon so viel reingebuttert da muss es doch jetzt eine hoffnung geben dass der oder die sich irgendwie dann endlich ändert oder zur besinnung kommt so und der dritte punkt ist jetzt gehen wir wieder rüber in den alltag und das ist genau das phänomen wenn du jetzt an menschen rantrittst und sagst mensch siehst du denn nicht was da am himmel passiert siehst du denn nicht dass gesundheitlich da was faul läuft siehst du denn nicht dass das politisch das da dass das gar nicht für die menschen mehr ist sondern dass da ganz ein anderes spiel getrieben wird dann wirst du diese leute nicht erreichen warum weil sie seit jahren viel reingebuttert haben an denke an argumentation an ja teilweise streitgesprächen teilweise haben sie sich aufbegehrt gegen diese blöden da drüben die von der anderen weißt schon rechteckigen liga oder so ja und je mehr die sich da rein gesteigert haben je mehr die damals bei den maßnahmen auch dafür waren desto weniger wirst sie davon auch loskriegen ist es so ein bisschen verständlich was ich meine gut jetzt müssen wir natürlich so ein bisschen überlegen was können wir denn jetzt grob tun wenn die susanne jetzt tatsächlich recht hat und diese phase kommt auf uns zu dass wir aus tiefstem herzen abgewiesen abgelehnt werden oder vielleicht sogar mit aggression und wut und verachtung behandelt werden wenn wir eigentlich da sind zum unterstützen dann gibt es eigentlich für mich nur diese vier punkte vielleicht ein bisschen kannst du nachher nochmal durch hören wenn es zu schnell ist also das erste ich habe es bereits am anfang des videos benannt wir müssen darauf vorbereitet sein auf das leid vorbereitet sein was kommt ich habe euch in irgendeinem ich glaube vorletztes video euch gesagt es ist ein geistiger krieg und genau wie es in einem krieg opfer auf dem feld gibt ja so gibt es hier geistige opfer so psychische psychische opfer die findest du nicht draußen auf dem feld irgendwie von bomben oder kugelhagel zerfetzt also draußen wo kriege sind vielleicht schon aber jetzt ich meine jetzt bei uns ja aber du wirst viele die psychisch und physisch abstürzen werden ja und darauf müssen wir vorbereitet sein also dass du nicht in angst und schrecken verfällst wenn das dann einsetzt und du rechts und links in deiner nachbarschaft in deiner familie diese diese abstürze erlebst der zweite punkt ist geh nicht in die empörung oder verzweiflung wenn du ins gesicht geschlagen bekommst also wenn die aggressiv werden wenn die wütend werden und wenn die bis zum letzten atem zuge deine hilfe nicht wollen wo du vielleicht in deiner familie gedacht hast bei den kindern oder eltern oder sonst wie ja wenn es wenn der schmerz zunimmt oder der druck zunimmt dann müssen die doch mal endlich kapieren dass ich recht habe und dann kommen die und dann haben wir familienzusammenführung das muss nicht sein ja dann der dritte punkt du kannst diesen menschen die keine hilfe wollen die dich ablehnen abweisen auf tiefste verletzen dadurch akte der würde und linderung zukommen lassen ja frag dich immer was würde die liebe was würde die barmherzigkeit tun ja aber du kannst nicht die ganze welt retten es wird viele viele geben erinnere dich an das kleine bild mit dem kajak was ich meine im video hatte ja du wirst viele viele sehen die an dir vorbeischwimmen und nicht mehr sehr lebendig ausschauen ja so und der vierte punkt der letzte punkt ist der schau voraus da gibt es diese bibelstelle mit sodom und gemara das war ja der lot der dann mit seiner familie da sodom und gemara verlassen hat und du erinnerst dich lots frau ist stehen geblieben auf halber strecke hat sich umgeguckt und hat sich dieses leid reingezogen dieses inferno reingezogen also das heißt mitunter guck nicht nach hinten guck nicht in die vergangenheit weil diese frau ist auch das ist eine metapher ist zur salz säule erstarrt also angst oder sich ins leid versenken und sagen oh gott was für eine erfahrung das ist jetzt der untergang wird dich erstarren lassen macht dich apathisch und du kannst nicht mehr beweglich oder aktiv voranschreiten deswegen salz säule wobei salz könnte auch noch ein bisschen verbindung haben von der assoziation tränen also im leid in der trauer in den salzigen tränen quasi erstarren also das die vier punkte so ich habe jetzt wieder ein gedicht extra zu dem thema gemacht ich hoffe dass es das wieder ein bisschen verbildlichen kann wer meine hilfe braucht bimmelt mich bitte an zwischen 12 und 13 uhr wer termine braucht für psychologische sitzungen daumen wieder ein bisschen geben verteilt das video dass wir wieder ein bisschen ordentlich reichweite kriegen und ich bin wieder gespannt auf eure kommentare unter dem video gut mein gedichtchen heißt gehen lassen du wirst sie nicht retten die welt du siehst den der fällt wirst an den land den nicht ziehen der mit den fluten will gehen so viele werden sinken vor deinen augen ertrinken spucken dir ins gesicht wollen hilfe jetzt nicht selbst im jüngsten gericht sie wenden sich ab sie gleiten hinab so träge so schwer ins wogende meer es zerreißt dir das herz ihr kendern dein schmerz gewarnt hast du sie sie hörten dich nie du wolltest verhindern das leid und nur lindern doch sie haben gewählt sich gegen's leben gestellt nun ziehen bleiche gestalten kannst sie nicht halten auf andere erden um neu dort zu werden alles liebe bis nächsten sonntag eure susanne und 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 Vielen Dank.